Willkommen auf der Floterra Academy, dein Wissenshub rund um doTERRA. Im heutigen Video zeige ich dir, was du auf der Floterra Academy alles findest. Wir beginnen im Home-Bereich. Hier findest du alle aktuellen Termine, du kannst dich einloggen und du findest unsere Termine für aktuelle Calls wie Zoom-Calls oder auch anstehende doTERRA-Events wie hier die Summer Academy. Wenn es nötig ist, sich anzumelden, kannst du auch das direkt hier tun. Und weiter unten findest du ein Kontaktfeld, mit dem du uns jederzeit kontaktieren darfst, bei Fragen oder auch bei Themenwünschen. Und dann gehen wir doch mal direkt in den neuen Anwenderbereich. Du findest hier über zehn verschiedene Kategorien. Und in jeder Kategorie findest du Inhalte zu dem Anwenderthema. Hier auf der Hauptanwenderseite gibt es ganz viele Informationen, wie du Öle anwenden kannst, worauf es zu achten gilt. Und diese Seite ist sowohl für alle Kundinnen und Kunden und auch Berater da. Genau, auch hier kannst du nach Themengebieten selektieren, zum Beispiel hier Basiswissen und Einsteiger-Sets für alle Neukunden. Da findest du dann passende Calls zum Thema Einsteiger-Sets und vieles mehr. Dann haben wir einen neuen großartigen Kursbereich, unsere interaktive Lernplattform. Und die ist absolut einzigartig. Du findest hier zum Beispiel die Kids-Olympiade oder auch die normale Olympiade, wo wir dich Tag für Tag, Schritt für Schritt durch den Kurs durchführen. Du lernst hier in der Kids-Olympiade zum Beispiel immer die Öle einzeln kennen. Du kannst dann auf Next Lesson klicken, dir wieder ein Video anschauen, den Text dazu lesen. Diese Merkbildchen darfst du gerne abspeichern. Und dann empfehlen wir dir immer tatsächlich auf MarkComplete zu gehen und den Kurs abzuschließen. Dann haben wir unseren altbekannten Business-Bereich für alle Wellnessberaterinnen und Wellnessberater. Du siehst hier alle Themen, auch der Flotera-Business-Podcast ist eingebunden. Das ist natürlich auch toll für unterwegs. Und auf der Teamseite lernst du einige unserer großartigen Flotera-Team-Lieder kennen. Ich finde eine sehr schöne Seite, um sich zu inspirieren. Auch hier kannst du uns wieder schreiben, hast die Möglichkeit. Und ja, diese Seite finde ich besonders toll. Ja, auch hier im unteren Bereich hast du nochmal Verlinkungen für die einzelnen Bereiche. Wichtig, die Flotera-Academy ist exklusiv für das gesamte Flotera-Team, Kunden und Berater. Das heißt, du musst dich jedes Mal einloggen. Lad dir auch gerne dein Bildchen hoch. Und kannst hier auch mit diesem Quick-Link auf deine Kurse gehen, für welche Kurse du enrolled bist, also für welche Kurse du dich angemeldet hast, welche Kurse du abgeschlossen hast. Und hier kannst du dich eben auch ausloggen. Du musst es dann nochmal kurz bestätigen. Bist du dir sicher, dass du dich ausloggen möchtest? Und ausgeloggt hast du nämlich keinen Zugriff auf die Unterinhalte. Dann fragt er dich immer, möchtest du dich einloggen? Ja, es bleibt uns zu sagen, wir wünschen dir ganz viel Freude beim Kennenlernen, beim Nutzen der Academy. Und schön, dass du ein Teil des Teams bist.